Adolphe Detlef von Osedom, 10. April 1792 in Schneidemühl, war ein königlich-preußischer Generalleutnant und Chef des Husarenregiments Nr. 7. Herkunft Adolphe Detlef von Osedom entstammte dem alten Pommerschen-Adelsgeschlechterer von Osedom. Seine Eltern waren Jakob Friedrich von Osedom, königlich-schwedischer Oberstleutnant im Leibregiment der Königin und Margarete ebenfalls Geborene von Osedom. Militärische Laufbahn Von Osedom kam mit 15 Jahren zur Armee in das Regiment seines Vaters und wurde dort Fahnenjunker. Im Jahr 1743 wechselte er in österreichische Dienste und nahm an den Kämpfen am Rheinteil. 1745 wechselte er in preußische Dienste und wurde konnet im Husarenregiment Nr. 5. Mit diesem Regiment nahm an dem Gefecht bei Hennersdorf teil. 1750 wurde er zum Selkon der Leutnant und 1756 zum Premierleutnant befördert. Im Siebenjährigen Krieg war er zunächst in Ostpreußen stationiert und konnte sich im Gefecht bei Kartenau am 1. August 1757 auszeichnen und nahm an der Schlacht bei Großjägersdorf teil. Er kam dann zur Armee des Herzogs Ferdinand von Braunschweig und nahm 1759 als Leutnant 60 Soldaten des Regiments Volontaires d'Alsas gefangen. Von Osedom erwarb sich den Ruf eines ausgezeichneten Husarenführers. Er wurde 1759 zum Rittmeister und Eskadron-Chef befördert. Am 20. November 1763 erhielt er die Beförderung zum Major. Zum Oberstleutnant wurde er 1767 befördert, obwohl noch 33 weitere Majore in der Rangfolge vor ihm standen. 1769 schickte ihn der preußische König nach Russland, um am Krieg gegen die Türken teilzunehmen. Er kämpfte am Dänister und in der Moldau-Region. Zu seinem Abschied schenkte ihm General Fürst Galisin ein türkisches Zelt und vier Kamele. Nach seiner Rückkehr wurde von Osedom Kommandant des Husarenregiments Nr. 5 und am 27. Juli 1775 Chef des Husarenregiments Nr. 7. Mit diesem kämpfte er im Bayerischen Erbfolgekrieg. Beim Übergang über die Elbe bei Liedmeeritz zeichnete er sich aus und wurde am 22. September 1778 entgegen den üblichen Gepflogenheiten zum Generalmajor ernannt. 1784 wurde von Osedom von König Friedrich II. mit 2000 Talern beschenkt. Am 24. Mai 1787 beförderte ihn der König zum Generalleutnant und er erhielt weitere 2000 Taler zum Kauf eines Hauses in seiner Garnison in Schneidemühl. 1788 erhielt er ein eigenes Chor in Westpreußen, mit dem er im Juli 1790 nach Schlesien marschierte, als es zu Spannungen mit Österreich kam. Bereits 1789 hatte er den Schwarzen Adlerorden erhalten. Familie von Osedom war mit Anna-Marie-Sophie Hohlenkamp verheiratet und hatte zwei Söhne aus dieser Ehe sowie eine uneheliche Tochter. Seine Tochter Henriette war mit dem Kreisjustizrat Christoph von Zacher verheiratet. Der preußische Generalmajor Friedrich von Osedom war sein Neffe.